Kurium ist ein künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Element Symbol Zentimeter und der Ordnungszahl 96. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Aktinoide und zählt zu den Transuranen. Kurium wurde nach den Forschern Marie Curie und Pierre Curie benannt. Bei Kurium handelt es sich um ein radioaktives silbrig-weißes Metall großer Härte. Es wird in Kernreaktoren gebildet. Eine Tonne abgebrannten Kernbrennstoffs enthält durchschnittlich etwa 20 Gramm. Kurium wurde im Sommer 1944 erstmals aus dem leichteren Element Plutonium erzeugt. Die Entdeckung wurde zunächst nicht veröffentlicht. Erst in einer amerikanischen Radiosendung für Kinder wurde durch den Entdecker Glenn T. Sie borg als Gast der Sendung die Existenz der Öffentlichkeit preisgegeben, indem er die Frage eines jungen Zuhörers bejahte, ob neue Elemente entdeckt worden seien. Kurium ist ein starker Alpha-Strahler. Es wird gelegentlich aufgrund der sehr großen Wärmeentwicklung während des Zerfalls in Radionuklid-Batterien eingesetzt. Außerdem wurde es zur Erzeugung von 238 Pufe-Gammastrahlungsarme Radionuklid-Batterien, beispielsweise in Herzschrittmachern, verwendet. Das Element kann weiterhin als Ausgangsmaterial zur Erzeugung höherer Transurane und Transsektinoide eingesetzt werden. Es dient auch als Alpha-Strahlenquelle in Röntgenspektrometern, mit denen U.A. die Mars-Rover Sojourner, Spirit und Opportunity auf der Oberfläche des Planeten Mars-Gestein chemisch analysierten Unterlander für Lederraum. Sonder Rosetta sollte damit die Oberfläche des Kometen 67P Chajam-Augerasi-Minko analysieren. Geschichte Kurium wurde im Sommer 1944 von Glenn T. Seaborg und seinen Mitarbeitern Ralph A., James und Albert Giorso entdeckt. In ihren Versuchsreihen benutzten sie ein 60-Inch-Cyclotron an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Nach Neptunium und Plutonium war es das dritte seit dem Jahr 1940 entdeckte Transuran. Seine Erzeugung gelang noch vor der des in der Ordnungszahl um einen Platz tiefer stehenden Elements am Merizium. Zur Erzeugung des neuen Elements wurden meistens die Oxyde der Ausgangselemente verwendet. Dazu wurde zunächst Plutonium-Nitrat-Lösung auf eine Platinfolie von etwa 0,5 cm² aufgetragen. Die Lösung danach eingedampft und der Rückstand dann zum Oxyd geglüht. Nach dem Beschuss im Cyclotron wurde die Beschichtung mittels Salpetersäure gelöst und anschließend wieder mit einer konzentrierten wässrigen Ammoniaklösung als Hydroxid ausgefällt. Der Rückstand wurde in Perchlorsäure gelöst. Die weitere Trennung erfolgte mit Ionenaustauschern. In diesen Versuchsreihen entstanden zwei verschiedene Isotope, 242 cm und 240 cm. Das erste Isotop 242 cm erzeugten sie im Juli-August 1944 durch Beschuss von 239 Pu mit Alpha-Teilchen. Hierbei entsteht in einer sogenannten Reaktion das gewünschte Isotop und ein Neutron. Die Identifikation gelang zweifelsfrei anhand der charakteristischen Energie des beim Zerfall ausgesandten Alpha-Teilchens. Die Halbwertszeit dieses Alpha-Zerfalls wurde erstmals auf 150 Tage bestimmt. Das zweite, kurzlebigere Isotop 240 cm, das ebenfalls durch Beschuss von 239 Pu mit Alpha-Teilchen entsteht, entdeckten sie erst später im März 1945. Die Halbwertszeit des anschließenden Alpha-Zerfalls wurde erstmals auf 26,7 Tage bestimmt. Aufgrund des andauernden Zweiten Weltkriegs wurde die Entdeckung des neuen Elements zunächst nicht veröffentlicht. Die Öffentlichkeit erfuhr erst auf äußerst kuriose Weise von dessen Existenz. In der amerikanischen Radiosendung Quiz Kids vom 11. November 1945 fragte einer der jungen Zuhörer Glenn Sieborg, der als Gast der Sendung auftrat, ob während des Zweiten Weltkriegs im Zuge der Erforschung von Nuklearwaffen neue Elemente entdeckt worden seien. Sieborg bejahte die Frage und enthüllte damit die Existenz des Elements gleichzeitig mit der des nächst niedrigeren Elements Amerizium. Dies geschah noch vor der offiziellen Bekanntmachung bei einem Symposium der American Chemical Society. Die Entdeckung von Kurium, ihre Produktion und die ihrer Verbindungen wurden später unter dem Namen Element 96 N. Compositions Adairow patentiert, wobei als Erfinder nur Glenn T. Sieborg angegeben wurde. Der Name Kurium wurde in Analogie zu Gadolinium gewählt, dem seltenen Metall, das im Periodensystem genau über Kurium steht. Die Namenswahl ehrte das Ehepaar Marie und Pierre Curie, dessen wissenschaftliche Arbeit für die Erforschung der Radioaktivität bahnbrechend gewesen war. Es folgte damit der Namensgebung von Gadolinium, das nach dem berühmten Erforscher der seltenen Erden Johann Gadolin benannt wurde. Als Erinnahme vor, the element of atomic number 96 W should like to propose Kurium with symbol cm. The evidence indicates that element 96 contains 7 5F electrons and is as analogous to ae element Gadolinium with its 7 4F electrons in the regular rare Earth series. Owned as basis element 96 is named after the Curies in a manner analogous to ae naming of Gadolinium in which a chemist Gadolin was honorit Marie Curie 1911. Pierre Curie, die erste wegbare Menge Kurium konnte 1947 in Form des Hydroxids von Louis B. Werner und Isadore Pellmann hergestellt werden. Hierbei handelte es sich um 40 µg 242 cm, das durch Neutronenbeschuss von 241 am entstand. In elementarer Form wurde es erst 1951 durch Reduktion von Kurium Fluorid mit Barium dargestellt. Vorkommen Das langlebigste Isotop 247 cm besitzt eine Halbwertszeit von 15,6 Millionen Jahren. Aus diesem Grund ist das gesamte primordiale Kurium, das die Erde bei ihrer Entstehung enthielt, mittlerweile zerfallen. Kurium wird zu Forschungszwecken in kleinen Mengen künstlich hergestellt. Weiterhin fällt es in geringen Mengen in abgebrannten Kernbrennstoffen an. In der Umwelt vorkommendes Kurium stammt größtenteils aus atmosphärischen Kernwaffentests bis 1980. Lokal gibt es höhere Vorkommen, bedingt durch nukleare Unfälle und andere Kernwaffentests. Zum natürlichen Hintergrund der Erde trägt Kurium allerdings kaum bei. Über die Erstentdeckung von Einsteinium und Fermium in den Überrüsten der ersten amerikanischen Wasserstoffbombe, Ivy Mike, am 1. November 1952 auf dem Menivetok-Atoll hinaus wurden neben Plutonium und Amerizium auch Isotope von Kurium, Berkelium und Kalifornium gefunden. Vor allem die Isotope 245 cm und 246 cm in kleineren Mengen 247 cm und 248 cm in Spuren 249 cm. Aus Gründen der militärischen Geheimhaltung wurden die Ergebnisse erst später im Jahr 1956 publiziert. Gewinnung und Darstellung Kurium fällt in geringen Mengen in Kernreaktoren an. Es steht heute weltweit lediglich in Mengen von wenigen Kilogramm zur Verfügung, worauf sein sehr hohr Preis von etwa 160 US-Dollar pro Mikrogramm 244 cm bzw. 248 cm beruht. In Kernreaktoren wird es aus 238 U in einer Reihe von Kernreaktionen gebildet. Ein wichtiger Schritt ist hierbei die oder Neutroneneinfangsreaktion, bei welcher das gebildete angeregte Tochternuklid durch Aussendung eines Gammaquants in den Grundzustand übergeht. Die hierzu benötigten freien Neutronen entstehen durch Kernspaltung anderer Kerne im Reaktor. In diesem kernchemischen Prozess wird zunächst durch eine Reaktion gefolgt von zwei Beta-Zerfällen das Plutonium-Isotop 239 Pu gebildet. In Brutreaktoren wird dieser Prozess zum Erbrüten neuen Spaltmaterials genutzt. Die angegebenen Zeiten sind Halbwertszeiten. Zwei weitere Reaktionen mit anschließendem Beta-Zerfall liefern das Amerizium-Isotop 241 am. Dieses ergibt nach einer weiteren Reaktion mit folgendem Beta-Zerfall 242 cm. Zu Forschungszwecken kann Kurium auf effizienterem Wege gezielt aus Plutonium gewonnen werden, das im großen Maßstab aus abgebranntem Kernbrennstoff erhältlich ist. Dieses wird hierzu mit einer Neutronenquelle, die einen hohen Neutronenfluss besitzt, bestrahlt. Die hierbei möglichen Neutronenflüsse sind um ein Vielfaches höher als in einem Kernreaktor, sodass hier ein anderer Reaktionspfad als der oben dargestellte überwiegt. Aus 239 Pu wird durch vier aufeinanderfolgende Reaktionen 243 Pu gebildet, welches durch Beta-Zerfall mit einer Halbwertszeit von 4,96 Stunden zu dem Amerizium-Isotop 243 am zerfällt. Das durch eine weitere Reaktion gebildete 244 am zerfällt wiederum durch Beta-Zerfall mit einer Halbwertszeit von 10,1 Stunden letztlich zu 244 cm. Diese Reaktion findet auch in Kernkraftwerken im Kernbrennstoff statt, sodass 244 cm auch bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe anfällt und auf diesem Wege gewonnen werden kann. Aus 244 cm entstehen durch weitere Reaktionen im Reaktor in jeweils kleiner werdenden Mengen die nächst schwereren Isotope. In der Forschung sind besonders die Isotope 247 cm und 248 cm wegen ihrer langen Halbwertszeiten beliebt. Die Entstehung von 250 cm auf diesem Wege ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da 249 cm nur eine kurze Halbwertszeit besitzt und so weitere Neutroneneinfänge in der kurzen Zeit unwahrscheinlich sind. Dieses Isotop ist jedoch aus dem Alpha-Zerfall von 254 CF zugänglich. Problematisch ist hierbei jedoch, dass 254 CF hauptsächlich durch Spontanspaltung und nur in geringem Maße durch Alpha-Zerfall zerfällt. 249 cm zerfällt durch Beta-Zerfall zu Berkelium 249 BK. Reaktionen für die Nukleonenzahlen A ist gleich 244 zu 248 selten auch für A ist gleich 249 und 250. Durch Kaskaden von Reaktionen und Beta-Zerfällen hergestelltes Kurium besteht jedoch immer aus einem Gemisch verschiedener Isotope. Eine Auftrennung ist daher mit erheblichem Aufwand verbunden. Zu Forschungszwecken wird aufgrund seiner langen Halbwertszeit bevorzugt 248 cm verwendet. Die effizienteste Methode zur Darstellung dieses Isotops ist durch den Alpha-Zerfall von Californium 252 CF gegeben. Das aufgrund seiner langen Halbwertszeit in größeren Mengen zugänglich ist. Auf diesem Wege gewonnenes 248 cm besitzt eine Isotopenreinheit von 97%. Etwa 35 zu 50 mg 248 cm werden auf diese Art derzeit erhalten. Das lediglich zur Isotopenforschung interessante reine 245 cm kann aus dem Alpha-Zerfall von Californium 249 CF erhalten werden, welches in sehr geringen Mengen als Tochter-Nukleid des Beta-Zerfalls des Berkelium-Isotops 249 BK erhalten werden kann. Metallisches Kurium kann durch Reduktion aus seinen Verbindungen erhalten werden. Zuerst wurde Kuriumfluorid zur Reduktion verwendet. Dieses wird hierzu in wasser- und sauerstofffreier Umgebung in Reaktionsapparaturen aus Tantal und Wolfram mit elementarem Barium oder Lithium zur Reaktion gebracht. Auch die Reduktion von Kuriumoxyd mittels einer Magnesium-Zink-Legierung in einer Schmelze aus Magnesiumchlorid und Magnesiumfluorid ergibt. Metallisches Kurium Eigenschaften Im Periodensystem steht das Kurium mit der Ordnungszahl 96 in der Reihe der Aktinoide, sein Vorgänger ist das Amerizium, das nachfolgende Element ist das Berkelium. Sein Analogon in der Reihe der Lentanoiden ist das Gardolinium. Bei Kurium handelt es sich um ein künstliches radioaktives Metall. Dieses ist hart und hat ein silbrig-weißes Aussehen ähnlich dem Gardolinium, seinem Lentanoidener Logon. Auch in seinen weiteren physikalischen und chemischen Eigenschaften ähnelt es diesem stark. Sein Schmelzpunkt von 1340 Grad Celsius liegt deutlich höher als der der vorhergehenden Transurane Neptunium, Plutonium und Amerizium. Im Vergleich dazu schmilzt Gardolinium bei 1312 Grad Celsius. Der Siedepunkt von Kurium liegt bei 3110 Grad Celsius. Von Kurium existiert bei Standardbedingungen mit Alpha-Centimeter nur eine bekannte Modifikation. Diese kristallisiert im Hexagonalen-Kristallsystem in der Raumgruppe P63 MMC mit den Gitterparametern A ist gleich 365 PM und C ist gleich 1182 PM sowie 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle. Die Kristallstruktur besteht aus einer doppelt hexagonal dichtesten Kugelpackung mit der Schichtfolge E-Back und ist damit Isotyp zur Struktur von Alpha-La. Oberhalb eines Drucks von 23 Giga Pascal geht Alpha-Centimeter in Beta-Centimeter über. Die Beta-Modifikation kristallisiert im kubischen Kristallsystem in der Raumgruppe FM3 Meter mit dem Gitterparameter A ist gleich 493 PM, was einem kubisch flächenzentrierten Gitter bzw. einer kubisch dichtesten Kugelpackung mit der Stapelfolge ABC entspricht. Die Fluoreszenz angeregter Zentimeter-Ionen ist ausreichend langlebig, um diese zur Zeit aufgelösten Laserfluoreszenz-Spektroskopie zu nutzen. Die lange Fluoreszenz kann auf die große Energielücke zwischen dem Grundterm 8 S 7 halbe und dem ersten angeregten Zustand 6 D 7 halbe zurückgeführt werden. Dies erlaubt die gezielte Detektion von Kuriumverbindungen unter weitgehender Ausblendung störender kurzlebiger Fluoreszenzprozesse durch weitere Metallionen und organische Substanzen. Die stabilste Oxidationsstufe für Kurium ist plus 3. Gelegentlich ist es auch in der Oxidationsstufe plus 4 zu finden. Sein chemisches Verhalten ähnelt sehr dem Amerizium und vielen Lentanoiden. In verdünnten wässrigen Lösungen ist das Zentimeter 3 plus Ion farblos das Zentimeter 4 plus Ion blassgelb. In höher konzentrierten Lösungen ist das Zentimeter 3 plus Ion jedoch ebenfalls blassgelb. Kurium-Ionen gehören zu den harten Luissäuren weshalb sie die stabilsten Komplexe mit harten Basen bilden. Die Komplexbindung besitzt hierbei nur einen sehr geringen kovalenten Anteil und basiert hauptsächlich auf ionischer Wechselwirkung. Kurium unterscheidet sich in seinem Komplexierungsverhalten von den früher bekannten Actinoiden wie Thorium und Uran und ähnelt auch hier stark den Lentanoiden. In Komplexen bevorzugt es eine neunfache Koordination mit dreifach überkappter trigonalprismatischer Geometrie. Kurium besitzt keine biologische Bedeutung. Die Biosorption von Zentimeter 3 plus durch Bakterien und Eichen wurde untersucht. Die ungeratzahligen Kurium-Isotope insbesondere 243 cm, 245 cm und 247 cm eignen sich aufgrund der hohen Spaltquerschnitte prinzipiell auch als Kernbrennstoffe in einem thermischen Kernreaktor. Generell können alle Isotope zwischen 242 cm und 248 cm sowie 250 cm eine Kettenreaktion aufrecht erhalten, wenn auch zum Teil nur mit schneller Spaltung. In einem schnellen Reaktor könnte also jede beliebige Mischung der genannten Isotope als Brennstoff verwendet werden. Der Vorteil liegt dann darin, dass bei der Gewinnung aus abgebranntem Kernbrennstoff keine Isotopentrennung durchgeführt werden müsste, sondern lediglich eine chemische Separation des Kuriums von den anderen Stoffen. Die unten stehende Tabelle gibt die kritischen Massen für eine reine Kugelgeometrie ohne Moderator und Reflektor an. Mit Reflektor liegen die kritischen Massen der ungeratzahligen Isotope bei etwa 3 zu 4 kg. In wässriger Lösung mit Reflektor lässt sich die kritische Masse für 245 cm bis auf 59 g reduzieren. Diese Werte sind aufgrund von Unsicherheiten der, für die Berechnung relevanten physikalischen Daten nur auf etwa 15 % genau. Dementsprechend finden sich in unterschiedlichen Quellen teils stark schwankende Angaben. Aufgrund der geringen Verfügbarkeit und des hohen Preises wird Kurium aber nicht als Kernbrennstoff eingesetzt und ist daher im Atomgesetz in Deutschland auch nicht als solcher klassifiziert. Die ungeratzahligen Kurium-Isotope hier wiederum insbesondere 245 cm und 247 cm könnten ebenso wie für den Reaktorbetrieb auch zum Bau von Kernwaffen eingesetzt werden. Bomben aus 243 cm wären aber aufgrund der geringen Halbwertszeit des Isotops mit einem erheblichen Wartungsaufwand verbunden. Außerdem müsste 243 cm als Alpha-Strahler durch die beim radioaktiven Zerfall frei werdende Energie glühend heiß sein, was die Konstruktion einer Bombe sehr erschweren dürfte. Da die kritischen Massen zum Teil sehr klein sind, ließen sich so vergleichsweise kleine Bomben konstruieren. Bisher sind allerdings keine Aktivitäten dieser Art publik geworden, was sich ebenfalls auf die geringe Verfügbarkeit zurückführen lässt. Isotope Von Kurium existieren nur Radionuklide und keine stabilen Isotope. Insgesamt sind 20 Isotope und 7 Kernisomere des Elements zwischen 233 cm und 252 cm bekannt. Die längsten Halbwertszeiten haben 247 cm mit 15,6 Millionen Jahren und 248 cm mit 348.000 Jahren. Daneben haben noch die Isotope 245 cm mit 8.500, 250 cm mit 8.300 und 246 cm mit 4760 Jahren lange Halbwertszeiten. 250 cm ist dabei eine Besonderheit, da sein radioaktiver Zerfall zum überwiegenden Teil in spontaner Spaltung besteht. Die am häufigsten technisch eingesetzten Kurium-Isotope sind 242 cm mit 162,8 Tagen und 244 cm mit 18,1 Jahren Halbwertszeit. Die Wirkungsquerschnitte für induzierte Spaltung durch ein thermisches Neutron betragen. Für 242 cm etwa 5 b, 243 cm 620 b, 244 cm 1,1 b, 245 cm 2100 b, 246 cm 0,16 b, 247 cm 82 b, 248 cm 0,36 b. Dies entspricht der Regel nach der meist die Transuran-Nuklide mit ungerader Neutronenzahl thermisch leicht spaltbar sind. Verwendung Da die beiden am häufigsten erbrüteten Isotope 242 cm und 244 cm nur kurze Halbwertszeiten und Alpha-Energien von etwa 6 mEV haben, zeigt es eine viel stärkere Aktivität als etwa das in der natürlichen Uran-Radium-Zerfallsreihe erzeugte 226 Ra. Aufgrund dieser Radioaktivität gibt es sehr große Wärmemengen ab 244 cm emittiert und 242 cm sogar. Diese Kurium-Isotope können aufgrund der extremen Wärmeentwicklung in Form von Kuriumoxid in Radionuklid-Batterien zur Versorgung mit elektrischer Energie Zb in Raumsonden eingesetzt werden. Dafür wurde vor allem die Verwendung von 244 cm untersucht. Als Alpha-Strahler benötigt es eine wesentlich dünnere Abschirmung als die Beta-Strahler. Jedoch ist seine Spontanspaltungsrate und damit die Neutronen- und Gammastrahlung höher als die von 238 Pu. Es unterlag daher wegen der benötigten dicken Abschirmung und starken Neutronen-Strahlung sowie seiner kürzeren Halbwertszeit dem 238 Pu mit 87,7 Jahren Halbwertszeit. 242 cm wurde auch eingesetzt um 238 Pu für Radionuklid-Batterien in Herzschrittmachern zu erzeugen. Im Reaktor erbrütetes 238 Pu wird durch die Reaktion von 237 Nipper immer mit 236 Pu verunreinigt, in dessen Zerfallsreihe der starke Gammastrahler 208 Terraliter vorkommt. Ähnliches gilt auch für aus Uran unter Deuterunenbeschuss gewonnene 238 Pu. Die anderen gewöhnlicherweise im Reaktor in relevanten Mengen erbrüteten Chorium-Isotope führen in ihren Zerfallsreihen schnell auf langlebige Isotope, deren Strahlung für die Konstruktion von Herzschrittmachern dann nicht mehr relevant ist. 244 cm dient als Alpha-Strahlenquelle in den vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz entwickelten Alpha-Partikel-Röntgenspektrometern, mit denen die Mars-Rover Sojourner, Spirit und Opportunity auf dem Planeten Marsgestein chemisch analysierten. Auch der Lander für Lederraum-Sonde Rosetta ist mit einem APXS ausgestattet, um die Zusammensetzung des Gometen Schadjam-Augerasse Minko zu analysieren. Außerdem hatten bereits die Mondsondensurveyor 5 zu 7 Alpha-Spektrometer an Bord. Diese arbeiteten jedoch mit 242 cm und Maßen die von den Alpha-Teilchen aus dem Mondboden herausgeschlagenen Protonen und zurückgeworfene Alpha-Teilchen. Weiterhin ist Chorium Ausgangsmaterial zur Erzeugung höherer Transurane und Transsektinoide. So führt zum Beispiel der Beschuss von 248 cm mit Sauerstoff- bzw. Magnesiumkernen zu den Elementen Cyborgium 265 SG bzw. Hacium 269 HS und 270 HS. Sicherheitshinweise Einstufungen nach der Gefahrstoffverordnung liegen nicht vor, weil diese nur die chemische Gefährlichkeit umfassen, die eine völlig untergeordnete Rolle gegenüber den auf der Radioaktivität beruhenden Gefahren spielen. Auch Letzteres gilt nur, wenn es sich um eine dafür relevante Stoffmenge handelt, da von Chorium nur radioaktive Isotope existieren, darf er selbst sowie seine Verbindungen nur in geeigneten Laboratorien unter speziellen Vorkehrungen gehandhabt werden. Die meisten gängigen Chorium-Isotope sind Alpha-Strahler, weshalb eine Inkorporation unbedingt vermieden werden muss. Auch zerfällt ein Großteil der Isotope zu einem gewissen Anteil unter Spontanspaltung. Das breite Spektrum der hieraus resultierenden meist ebenfalls radioaktiven Tochter-Nuklide stellt ein weiteres Risiko dar, das bei der Wahl der Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt werden muss, wird Chorium mit der Nahrung aufgenommen. So wird es größtenteils innerhalb einiger Tage wieder ausgeschieden und lediglich 0,05% werden in den Blutkreislauf aufgenommen. Von hier werden etwa 45% in der Leber deponiert, weitere 45% werden in die Knochensubstanz eingebaut. Die Verbleibenden 10% werden ausgeschieden. Im Knochen lagert sich Chorium insbesondere an der Innenseite der Grenzflächen zum Knochenmark an. Die weitere Verbreitung in die Corticalis findet nur langsam statt. Bei Inhalation wird Chorium deutlich besser in den Körper aufgenommen, weshalb diese Art der Inkorporation bei der Arbeit mit Chorium das größte Risiko darstellt. Die maximal zulässige Gesamtbelastung des menschlichen Körpers durch 244 cm beträgt 0,3 µCi. In Tierversuchen mit Ratten wurde nach einer intravenösen Injektion von 242 cm und 244 cm ein erhöhtes Auftreten von Knochentumoren beobachtet, deren Auftreten als Hauptgefahr bei der Inkorporation von Chorium durch den Menschen betrachtet wird. Inhalation der Isotope führte zu Lungen- und Leberkrebs. Kernreaktorabfallproblematik In wirtschaftlich sinnvoll genutzten Kernreaktoren entstehen physikalisch unvermeidlich Chorium-Isotope durch Kernreaktionen mit nachfolgendem Beta-Zerfall. Eine Tonne abgebrannten Kernbrennstoffs enthält durchschnittlich etwa 20 g verschiedener Chorium-Isotope. Darunter befinden sich auch die Alpha-Strahler mit den Massenzahlen 245 zu 248, die aufgrund ihrer relativ langen Halbwertszeiten in der Entlagerung unerwünscht sind und deshalb zum Transuranabfall zählen. Eine Verminderung der Langzeit-Radiotoxizität in nuklearen Entlagern wäre durch Abtrennung langlebiger Isotope aus abgebrannten Kernbrennstoffen möglich. Zur Beseitigung des Choriums wird derzeit die pathischen Ning- und Transmutation-Strategie verfolgt. Geplant ist hierbei ein dreistufiger Prozess, in welchem der Kernbrennstoff aufgetrennt in Gruppen aufgearbeitet und entgelagert werden soll. Im Rahmen dieses Prozesses sollen abgetrennte Chorium-Isotope durch Neutronenbeschuss in spezielle Reaktoren zu kurzlebigen Nukleiden umgewandelt werden. Die Entwicklung dieses Prozesses ist Gegenstand der aktuellen Forschung, wobei die Prozessreife zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht ist.